ok dann machen wir weiter mit jalan jetzt gerade erst mal sich den hut wieder aufsetzen sich darüber freuen in vernünftiger kleidung gehüllt zu sein und über das oberleck stolzieren und mal schauen was hier so vor sich geht vermutlich nichts von wehrt aber dabei halt die blutige see schauen ab und an vielleicht auch mal über die reading und einfach sich einen eindruck davon verschaffen wie wir uns vorwärts bewegen denn die nächsten paar stunden sollte nichts wichtiges passieren gut dann ragnar was tust du nachdem du den auftrag gegeben hast die sollen sich darum kümmern da hat ja dann sagt da wird jetzt nichts wichtiges passieren aber wahrscheinlich wird jetzt gleich der gute raten halten und umdrehen denn da geht es zu bis frau flug schluck und ja also falls ich den irgendwo finde hoffentlich prüle ich gar nicht anders klaschempe und da ist es wohl gerade ziemlich aufgeregt das erste essen wurde gekocht und deine fünf leute die du zugeteilt bekommen hast ja haben wohl schon das erste essen gekocht und alle regen sich darüber auf dass es zu salzig ist ja du würdest auch mal probieren absolut ungenießbar eine fresse was habt ihr gekocht verzeiht ihr seid ja der küchenchef ja richtig wir wir haben ganz normal also wir kennen natürlich die gerätschaften und also wir wir wissen nicht was passiert ist wir haben auch ich weiß nicht was das soll bin ich bin verwirrt das schmeckt mir selber nicht so gut und jetzt halt mal was du gemacht hast dann kann ich sie erklären und ich werde mit ihm in die küche gehen und mir da gucken welche geräte benutzt worden sind und ob ich da direkt den fehler sehr auf den ersten blick der salzstreuer ist leer schwimmt wohl schwamm wohl in einem der suppentöpfe und das wohl reingefallen deckel ist gelöst da müsste man jetzt neues essen kochen ok ich schaue die anderen an und deutet dann da auf den salzstreuer und meinen dann hä wollt ihr die leute hier irgendwie keine ahnung einsalzen oder was den salzstreuer damit gleich reingekippt wir haben den da nicht reingekippt er stand hier oben auf dem regal wir konnten ihr konntet wir 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 haben den nicht reingekippt wir wissen doch dass man dass man nicht salzen soll gerade wenn wir mit viel fleisch arbeiten ist also sowieso schon so viel salz drin wir waren das nicht her glaube ich sehen das menschenkenntnis ich sehe schon ich werde hier zu diesem grünen schaft schiffskoch ne chefskoch wie heißt er noch website gordon du wirst allerhöchstens aus lichter sie sind wohl davon überzeugt dass sie die wahrheit sagen wir sind davon überzeugt dass sie sind davon überzeugt dass sie den salzstreuer da nicht reingeworfen haben also so wie du es da gerade sagt klingt das so aber so als hätten sie es gemacht also die leute sind ziemlich aufgebracht und ja die haben nichts zu essen die brauchen jetzt neues ja dann würde ich jetzt mal die arme ärmel hochkrempeln und dann zu bis frau bulge sagen können wir uns nachher wenn ich mal hier ein ordentliches essen gekocht habe kurz unterhalten klar alles klar wunderbar also jetzt schaut mir mal zu jungs so geht das ja du hast die augen paare von fünf leuten auf die kochenprobe erschwert um 15 was also ich kann jetzt nicht für alle kochen das ist schon klar aber es scheint so als werden viele köche den brei verderben würde gerne die 18 mit glück neu würfen wenn es einfach schafft würde gerne die 18 neu würfeln nein ich würde gerne wieder einsetzen easy du merkst dass der salzstreuer du hast ihn aufgefüllt so wie es sein muss hast du wieder oben hingestellt du hast dich gerade umgedreht da fällt er von alleine nach unten ins essen und du fängst ihn in einer blitzschnellen reaktion auf und du siehst auch dass der deckel abspringt und ein bisschen salz genau die richtige menge ins essen fällt aber ja damit hast du die perfekte kreation erzeugt und das essen ist fertig dann gucke ich mal auf das regal ob da irgendwo irgendwas zu sehen ist initiative beziehungsweise intuitionsprobe so rum oh shit ein kleines leuchtendes ein kleiner leuchtender punkt ras auf dich zu direkt auf deine stirn und du ziehst den kopf schnell wieder zurück und ja während du dich umdrehst nach diesem dichtpunkt suchst siehst du dass wohl nichts mehr zu sehen ist habt ihr das auch gesehen was dass wir wir haben gesehen dass das das salz von oben runter gefallen ist damit damit wissen wir zumindest dass wir es nicht waren das richtig da ist irgend so ein leuchtendes ding gewesen ist das jemand auf oben du schaust doch mal ein bisschen nach nee dieses geräusch orten wo das herkommt ja fliegt wohl um deinen kopf herum hast du dass man das gefühl gehabt sinn schärfe probe erschwert um zwölf was sind das für proben da ganz knapp du räumst ein bisschen pfeffer zur seite und die knoblauchstreuer kam es bis in die küche um holst mal alles vom regal runter was da oben rum steht und noch runterfallen könnte findest aber nichts komisch ja dann würde ich das essen jetzt verteilen aber noch mal sicher gehen dass da nichts reingefallen ist während ich weggeguckt habe köstliches essen ragnar vorzüglich formidabel gute arbeit ragnar also gut was möchtest du von mir nun ich habe schon gehört dass du hier sehr unerwünscht bist und um dich erwünscht dazu machen habe ich überlegt dass wir es wie einen vernünftigen chorvertrag handhaben könnten ich habe überlegt dich anzustellen aber nicht als die kosten des schiffes sondern auf meine kosten nicht als koch natürlich nicht sondern eher so als etwas chor gefällig ist als leibwächter als leibwächter ist der kopp ist der eine aufgabe in der küche so gefährlich ja nein aber wie du mich vielleicht richtig einschätzen könntest bin ich nicht unbedingt der beste kämpfer das sieht man sich an du siehst aus wie ein lappen danke naja auf jeden fall würde ich dich gerne anheuern erstens haben dann die leute wahrscheinlich weniger probleme mit dir weil du zur zeit eigentlich nur ein ungeliebter passagier bist aber so wärst du war sie sogar noch ranghörer als die ganzen söldner hier um dich auf naja ok das bislang weiter sowieso gerade der versuche klar zu machen das heißt hast du nur feinde hier auf dem schiff das könnte sich ändern sollen sie sich aber bei mir melden ich kümmere mich darum dass sie weniger werden ist das wirklich dein einziges ziel leute töten und ich leute töten gegen die heptarchen ziehen ich habe es versucht und aber so wie du aber so wie du dich zurzeit aufführst bist du ein größeres problem für uns als für die heptarchen er schlägt auf seiner faust auf den tisch und der tisch bricht alle anderen gucken auf ihre suppe die jetzt gerade verschüttet wird und überlegen ob sie sich aufregen nehmen sich dann aber den anderen tisch wo normalerweise leute verbunden werden und stellen sich dann da irgendwie dran niemand sagt dann tut ja ragnar bleibt weiterhin ruhig und würde dann auf das den tisch zeigen und meinte mein dann nun so was meine ich weil ich wartenberg fast umgebracht habe er wollte in das portal niemand geht das portal nun ich wusste nicht dass dieser wartenberg ins portal will aber du hast dich laut den aussagen von fiona auch mit ihr eingelegt und so wie du manchmal sprichst habe ich das gefühl du willst er auch mit jalan anlegen das ist kein das ist kein man dann wenn ich ihn umbringe als was ja dann ist schwach es hilft niemandem wenn ich ihn umbringen nicht einmal ihm selbst hilft es dann wird er nicht stark es gibt auch meine ehre darin umzubringen meinst dadurch dass du ihm irgendwelche todes drohungen an den kopf wirfst wird er stark todes drohung wenn er mich irre nennt das bleibst du gerade unkommentiert nun auf jeden fall ich kann dir nur die hand reichen ob du sie annimmst oder nicht das liegt bei dir ich gebe dir seine riesige hat du bist also einverstanden mein söldner zu werden bisher war ich die zwei drei tage ohne sollt geld gold kümmert mich zwar nicht so sehr sondern eher der gute kampf aber nun wenn ich fürs romsetzen bezahlt werde solange es hier nichts zu tun gibt das heißt du machst dann aber auch du schüchst mich dann auch der archenkäfer der gerade rumkriecht und krabbelt gerade wohl irgendwie von der decke runtergefallen und zerdrückt ihn in seiner ei in seinem mit seinen zwei fingern ja packen hat schon während er das macht greift er in seinen immer noch schweren mantel den er an hat holt dann da zwei kopien eines vertrages raus und würde ihm einen davon reichen was genau da drin steht können wir dann ja im forum klären weil bis jetzt habe ich da noch nicht wirklich also es würde nicht wirklich viel drin stehen außerhalb dass er güttergefälliges handeln machen soll und nicht gegen diese aktion von ragnar vorgehen soll aber wenn er meint dass ich vom rechten glauben abgefallen bin dann hat auch das recht das verweigern was ich ihm sage also so in etwa das würde also grob drin stehen dann würde ragnar auch noch ein deutsch rausholen sich selbst zwischen daumen und zeigefinger einmal ritzen und da unter seine unterschrift die er schon gesetzt hat noch mal mit seinem blut unterschreiben also eigentlich nur so ein daumen abdruck er setzt seine hand in deine an also wenn du deine hand ausstreckst dein daumen abspreizt greift er mit seiner gegenüberliegenden hand rein so dass jetzt handfläche in handfläche anliegt so dass sich eure lebenslinien miteinander verbinden und dann nimmt er sein dolch und zieht einmal über seine hand rüber und über deine so dass jetzt eine narbe entsteht beziehungsweise er nimmt sich noch ein bisschen salz von dem salzstreuer den du wohl aus versehen mitgebracht hast und streut sich dann das salz selber in die wunde und dann auch bei dir verdammte scheiße was soll das denn das sind verträge junge er schaut sich gerade seine langsam anschwellende hand an der du siehst auch wie das blut aufgesaugt wird von dem salz und so ein bisschen sapschicht zurückbleiben ja also ragnar sieht nicht gerade sehr glücklich aus und weitere archenkäfer fällt gerade nach unten und du kannst rechtzeitig noch deine hand weg zieht ich mache meine selbstbeherrschungsprobe wie lange ich da jetzt den schockstarre stehe und meinen arm sehr schmerzhaft ansehe ach gar nicht so schlimm ist nur eine hand junge ja ist nur eine hand ich ne gib zu schüttel immer noch meine hand versuch da irgendwie so das salz raus zu poolen du solltest dich verbinden lassen damit kann man nicht kochen danke für den tipp ja das ist das eigentlich schwierige an dieser aufgabe wenn der kampf nahe dass ich an deiner seite bleibe darf ich dich mit mir mitziehen du siehst wie seine augen glänzen ich könnte uns aneinander nageln oder so etwas du siehst wie seine augen richtig glänzend feucht werden ich kann nur mit einer hand kämpfen durch die andere ich bin da einfach unsere beiden arme zusammen und jeder darf mit einer axt kämpfen das schränkt unsere kampfkraft ziemlich ein richtig damit wird das fair ich weiß ja nicht ganz also ich glaube wir kriegen das auch so hin okay dann zieh ich dich nur hinter mir her und wenn ich dadurch mehr verletzt werde als von den feinden wirst du nicht uns wenn ich verletzt brüchig das will ich nicht sein alles klar wir müssen offen das reiner lupt deal an die vorbei rumpelt in richtung treppe unter deck ok richtung schlaf gemächer oder wie ok so bin ich noch so ein bisschen durch den gang hinterher wo er wohin will hat sich nicht abgemeldet er wird nicht in richtung der offiziers kajüten oder so etwas gehen da wo du wohl dann nächtigen kannst sondern verschwindet dann hier in dem treppengeschoss in richtung unten wohl dann folge ich ihm einfach mal heimlich gassenwissen probe erschwert um zwölf punkte weil in einer ich ja du kannst ihm dann folgen und hörst dann wohl auch wie er mit sich selber spricht verschwindet dann du bist hier nicht ganz sicher ist bei der arche gewesen so sie ist wohl hier bei der arena gewesen sie sieht wohl hier noch wo doch der bibliothekar gerade an dem kraken wo ich weiter herum doch das und immer noch da steht und untersucht und in dem raum neben dem goldraum kannst du wohl noch einen anderen eine andere kleine kammer sehen wo er dann verschwindet im moment mit sich selbst käfer mutter sucht und ob dir so käfer mutter aufgabe noch mal hinterher ja du siehst wie er in einem astloch verschwunden ist was unfassbar eng und klein ist wo nur ein kleiner verkrüppelter junge oder lokal reinpasst ob die du siehst auf deiner seite dann den kopf wieder erscheinen lobt ihr habt ich dich doch noch gesehen hier gerade rumgelaufen gehst du käfer mutter eva mutter die käfer mutter neue aufgaben das schiff muss verarbeitet werden verdauen was ist eine käfer mutter und du siehst wie zwei drei weitere käfer gerade herunter fallen und er deutet dann auf die käfer archen käfer und die haben eine mutter jedes lebewesen hat eine mutter aber wieso kümmert sich die mutter um die verarbeitung er gibt es ein paar klackende geräusche von sich die du noch nie in deinem leben gehört dass die keine normalen tiefer normalerweise formen können käfer mutter kopf gehören von archen käfer kopf gehören von archen was käfer kolonie wie ameisen jetzt verstehe ich also quasi die königin mutter ja mutter mutter und kopf ist gut und wo ist die kannst du mich dahin bringen aber ich glaube wir anders rein wenn die wände du hast du dich mal so ein bisschen nach oben ist wohl irgendwo an seiner ecke vom schiff also ich sag einfach mal hier so ein klein siehst du das kleines geschoss was da geformt worden ist ja ja so ungefähr so groß ist das kannst du diese ecke abgehen aber die wände führen daneben so davon weg dass dass du da keinen keinen richtigen einstiegspunkt findet aber du siehst das wohl auch über dir auf decken höhe mehrere käfer straßen dort hin führen okay interessant und jetzt kümmern sich die archen käfer darum dass das holz verarbeitet wird oder wie machen wir das bringen bringen archen hart von dahin wo es hin soll also sind diese ganzen archen käfer hier eigentlich dazu zuständig dass die arche wächst na ja interessant das würde ich kann tatsächlich nur sauber machen das würde sich tatsächlich kann aufschreiben du siehst auch wo wie hinter ihm irgendein riesiger rücken auf pulsiert sieht das aus wie aus ja wie wie ein riesiger käfer oberkörper der insektoid schimmert was heißt dann riesig also damit ich also ein idee von habe im durchmesser du kannst es nur wenig abschätzen weil dieses noch so kleines ungefähr ja ich überlege gerade vier meter groß erkenntnis für das recht aufgeschrieben hier mit der große mindestens archen könig archen käfer königin und hinter dir immer noch das schlagen des herzes so weiß ich genau wo es ist aber irgendwo hier muss es sein das spiel herz von dem herz angetrieben wird aber sagt man lupte weißt du auch wo das herz ist lupte wissen aber gang zu erfahrt man gang zu gemacht aber du weißt ungefähr wo sich befindet er deutet mit seiner hand aus dem loch heraus die richtung ist aber dementsprechend ungenau okay egal das zeigt mir doch bestimmt noch mal ein andermal oder lupte das ist ja phänomenal eine andere stimme kommt wohl von der arena wenn du dich umdrehst in die richtung kannst du sehen wie doch immer noch die diesen krakenmolch inspiziert allerdings hat sich jetzt an dieses geländer von der maulgrotte jemand gelegt das waffnige weiter hasswolf phänomenal ich habe noch nie gesehen dass ein schiff so verarbeitet wird doch schau dir das an wenn er das andere muss mir das auch ansehen und dann auch mal rüber du siehst wie es sieht fast aus wie ja wie kann man das beschreiben wenn etwas in einem riesigen maul verdaut wird wenn keine normalen ja speise säfte herunterfließen sondern säure die wenn sie auf das holz aufschlägt leicht dampfendes holz zurücklässt was dann oben stiebt du kannst es auch spüren schmecken in der luft wenn du einmal riechst es richtig nur nach salz sondern du schmeckst dann auch blut in da auf deiner zunge also so intensiv ist es gerade dass du selbst davon beeinflusst wird und hier wird wohl gerade das schiff aneinander geschmolzen und unten läuft gerade eine grünlich rote brockige suppe zusammen du hast wohl auch das gefühl dass ich dieses diese holzstückchen von der kogge es sieht fast so aus als ob da fleischbröckchen geformt werden so so unfassbar es auch ist weil naja fleischbröckchen aus holz das geht nicht aber sieht fast so aus ein widerlicher gestank der nach oben dringt die fast die sinne raubt was ist daran phänomenal so was habe ich noch nie wiederwärtig guck dir mal an wie wie alt diese kogge ist und was daraus noch gemacht wird ja ein unheiliges wesen wird genährt was daran phänomenal abenteuer junge abenteuer ja sieht man nicht alle tage da hält sich nur die nase zu meint dann aber auch ja so phänomenal finde ich das nicht ich finde das eher widerwärtig hast du gesehen die die gänge pumpen wenn du dir die adern hier ansiehst er deutet mal auf so eine rote blaue hader kannst du es daran sehen er klopft einmal so gegen und es gibt so ein bisschen nach schwabbel kann man nach innen und dann wieder nach außen das ist das ist da sie ist es kleine holzbröckchen die darin schwimmen in diesen adern ich verstehe der der fettgeweihte war wohl vorhin hier der der fadaios er sagte wohl irgendwie dass diese arena hier um geformt wird bald und das werden dann schlafräume will wohl ein paar fenster vor ich finde das richtig spannend ich will die hunden schlafen ist es war nicht weiter ich einen offizier das weiß ich nicht was ihr mit dem machen wird sie jetzt einfach nur hier der zwei extra und damit ist an bord punkt als klar hätte ich dich sowieso hingelegt ich weiß ja was für ein abenteuer du bist und hier ist auch direkt der hausgang super gleich hier von der brüstung runter springen also wenn das wenn sie schiff weg ist und die säure ja unter springen dann irgendwas direkt ins maul einen anderen dämonenarche und denen dann richtig aufs maul gehen supergeile idee darüber muss eine geschichte schreiben da bist du bei mir genau richtig obwohl ich schaue mir mal ein bisschen fragen dann aber ich dachte in torwahl erzählt ihr euch die geschichten nur weiter ja wir haben wir haben natürlich auch die baden die schreiben ihre geschichten auch vorher auf das sind die besten und dann nehmen sie eine klampfe in die hand und singen dazu egal nach diesem anblick wenn ich ein bisschen berauscht ich fange machen machen wir das medfass auf da bin ich auf jeden fall bei einer runde dabei klar auf der reise hat der swaffnick gewaltet zwei medfässer mitgenommen eins hat auf der fahrt getrunken und was wollen die anderen machen fiona und jalan ich habe dinge vor aber machen wir erst die zeit vergeht so sehr modular ich würde mich darum kümmern dass tatsächlich auch die ganzen munitionen dahin gebracht werden wo sehen sollen dass die waffen also beziehungsweise die rotzen und so weiter richtig angebracht werden nochmals überprüfen also sehr perfektionistisch und ich denke das wird einiges an zeit einfach in anspruch nehmen also das weiß ich konkret ausspielen aber ja würde mich auch nur ein bisschen mit dem dem bron unterhalten der gab bei mir war und ihm halt so ein bisschen erzählen auch was ich auch daneben erzählt habe und ihn so ein bisschen einweisen er hat wofür zuständig ist und die noch mal ein bisschen fragen nach dem können seiner seiner männer die er dabei hat jalan ja ich gehe dann nachdem ich mich sagen wir überhaupt der gesagt gesehen habe zwischen den söndern durch schau mal wie die sich so einrichten höher vielleicht hier und da mal was die über die reichen denken absolut unheimlich und dann suche ich ja er sitzt dann wahrscheinlich auch in der clashembe und unterhält sich mit den anderen es sei denn du gibst ihm jetzt eine explizite aufgabe vielleicht läuft läuft auch auf dem oberdecker rum und betrachtet dann den aufbau der abbonale also wenn er irgendwie in der in der messe sagen wo man sitzt in der clashembe ist die messe richtig genau setze mich einfach gegenüber stets der ellenbogen auf den tisch probieren leutnant der kapitän klingelt bei euch vielleicht wenn ich den namen starren brand erwähne etwas ja die reichste familie der welt selbstverständlich klingelte etwas bei mir erwartet die jetzt wenn ich arvid starren und sage vielleicht das ist der konto leiter der feste störe brand konto den wetter habt ihr wohl an letzter zeit mit ihm gesprochen in letzter zeit sehr vage definiert oder sagen wir mal vor vier tagen vor vier tagen bin ich mir nicht sicher nein ich glaube nicht ich habe ihn das letzte mal gesehen bei der ratssitzung nicht wahr kleiner rat sicher klingt so als wollte die mir damit etwas sagen und ich wundere mich einfach warum wohl ein leutnant rex ein leutnant zur see allrex auf der gäste liste starren brands steht und was er ihm wohl so zu erzählen hat und wenn ich herausfinden sollte dass irgendjemand dieser mannschaft meint der müsste so starren brand gehen was dem nähkästchen plaudern wird das konsequenzen haben ihr sprecht immer noch von arvid störe brand ja oder generell jeder störe brand generell jeder der nicht befugt ist dinge zu wissen und das ist im moment jeder der nicht auf dieser arche sitzt ok mir war nicht bekannt dass informationen darüber nicht weitergetragen werden dürfen dann ist es jetzt so laufend nicht bekannt jetzt ja oder hebe ich mich und gewerkt und es wird vermutlich auch langsam dunkel und sehr dazu dass ich in erin bei was kabine reinliste und dann wenig schlaf bekommen weitere dinge für den ich lasse mich nicht lügen am zehnten sollte aufgebrochen drei tage spät dass der dreizehnte für den dreizehnten zahl ein paar geschichten über die hellen taten von unserem hass wolf erfahren hat schon 50 lang getötet nur ich habe sieben getötet ja nickt und sagt ja ja bei uns waren sie schwul schon aus bei uns hat die tor war das schon so wieder getötet ist halt an der falschen küste gewesen ja schade deswegen freut er sich dass er jetzt hier ist wenn es hier noch mehr seelschlangen gibt dann ja dann würde ich ihm von der planbringer erzählen da sind drei vorne dran schön dass reaktor das jalan eben sagte keine informationen weiter tragen und jetzt werden die dicken die dicken informationen von der kgie ausgepackt ja wieso von der kgie ja die planbringer ist so keine eine die mehr leute darüber bescheid wissen so nichts schlimmes naja also die informationen stammen jetzt aus seinem kelch ne ja genau das ist ja also das steht jetzt offiziell nicht unter verschluss aber einfach mal auspacken ja er mag also er findet er findet ich gut und es ist im gegensatz zu bis fra bull der der dich so ein bisschen mitleidig anguckt weil du keine muskeln hast freut er sich dass du abenteuerst obwohl du keine muskeln hast ich weiß nicht ob ich das als kompliment sehen zwar ja lädt dich einen morgen zum zum frühmorgensport ein auf dem oberdeck wir wollen alle mit mir sport machen ich will mich doch einfach nur in meine kamera verziehen und lese ja wenn du in dein bett kriegst wirst du feststellen dass es versucht wurde sauber zu hinterlassen aber es ist nicht sauber es ist nicht sauber nein also gerade dadurch dass er jetzt im unterdeck weiter rumgekrochen ist und du siehst auch wohl wie ein paar flöhe herumspringen du solltest dir lieber eine andere kabine suchen ich wollte gerade sagen ey ich würde ich würde einfach zu irgend so einem irgendeinem weibel oder so gehen zu dem sagen zu eric sey gehst du mir egal zu wem ich geh ne eric sey ja du hast eine beförderung verdient hier das offizierscasino du kriegst mein zimmer ja längst über fertig danke kein problem wir sehen uns morgen früh